Heute werde ich euch zeigen, wie ihr euren Welpen an das Brustgeschirr gewöhnt. Das ist eine so alltägliche Handlung, dass wir uns oft gar keine Gedanken darüber machen. Und gar nicht so wenig Hunde haben ein Problem damit und mögen mit der Zeit nicht mehr in das Brustgeschirr zu schlüpfen. Und das ist nicht notwendig. Ich zeige euch jetzt, wie ihr euren Welpen richtig daran gewöhnt, sodass er freiwillig in sein Brustgeschirr schlüpft. Viel Spaß! Die Brustgeschirr-Gewöhnung beginnt mit dem richtigen Modell. Ich persönlich empfehle euch so einen Schnitt. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen kann der Welpe mehr oder weniger selber hineinschlüpfen und es wird am wenigsten an ihm rummanipuliert. Und zum anderen kann man es an mehreren Punkten verstellen und dadurch wächst es mit dem Welpen mit, was dazu führt, dass ihr einfach weniger Brustgeschirr im Laufe der Welpenzeit nachkaufen müsst. Das Training ist total einfach. Stellt das Brustgeschirr zu Beginn am Hals etwas weiter. Es muss noch nicht perfekt sein. Es ist aber äußerst unangenehm für den Welpen, wenn die Halsung zu eng ist. Und so kann sich euer Welpe zumindest langsam an diesen Schritt gewöhnen. Ihr haltet in der einen Hand nun das Brustgeschirr so, dass der Welpe bequem seinen Kopf durch die Öffnung stecken kann. Mit der anderen Hand haltet ihr ein Leckerchen oder eine Streichwursthube an die Halsung des Brustgeschirrs und lasst den Welpen das Leckerchen essen. Bewegt das Brustgeschirr nicht. Der Welpe soll in diesem Schritt nur lernen, seinen Kopf durch diese Öffnung zu stecken. Wenn das gut klappt, könnt ihr das Leckerchen immer weiter nach hinten halten, bis der Welpe seinen Kopf komplett selber durchsteckt. Passt da aber auf. Bewegt eure Hand mit dem Brustgeschirr nicht. Kommt nicht in Versuchung, das Brustgeschirr eurem Welpen drüber zu ziehen. Der Welpe soll selbst entscheiden dürfen, wie weit er seinen Kopf durch dieses Ding steckt oder nicht. Wiederholt diesen Schritt nun einige Male. Erst wenn der Welpe damit kein Problem hat und locker seinen Kopf durchsteckt, ohne zu zögern, beginnt ihr damit, das Geschirr auf den Rücken eures Welpen zu legen. Dabei füttert ihr euren Welpen fürstlichst. Der Welpe soll es lieben, sein Brustgeschirr anzuziehen. Und wenn das gut klappt, werft ihr ein paar Leckerchen auf den Boden, sodass eure Hände frei sind und ihr macht die Schnallen zu. Achtet aber darauf, dass ihr das vorsichtig macht und die Schnallen kein Klickgeräusch machen. Das kann eure Welpen nämlich erschrecken. Macht das nur kurz. Öffnet das Geschirr gleich wieder und zieht dem Welpen vorsichtig das Geschirr wieder aus. Wenn das Anziehen des Brustgeschirrs gut klappt, könnt ihr nach dem Schließen mit eurem Welpen nun lustige Dinge machen. Lenkt ihn ab, lauft mit ihm um die Wette. Hauptsache, euer Welpe hat eine gute Zeit mit dem Brustgeschirmkörper. Manche Welpen haben kaum ein Problem mit dem ungewohnten Ding. Manche Welpen hingegen sind da eher sensibel. Achtet also darauf, wie euer Welpe darauf reagiert und passt euer Training dementsprechend an. Baut das Brustgeschirr nun immer wieder in den Alltag ein. Idealerweise, wenn ihr etwas unternehmt oder wenn ihr mit eurem Welpen etwas Lustiges macht. Wenn Welpen hingegen einschlafen oder nicht beschäftigt sind, zieht dem Welpen lieber das Brustgeschirr aus. Viele fangen an, auf dem Brustgeschirr rumzubeißen und machen es dementsprechend kaputt. Also nicht ärgern, einfach, wenn ihr euch nicht mehr mit eurem Welpen beschäftigt, das Brustgeschirr wieder ausziehen. So, ich hoffe, ihr wisst nun, wie ihr euren Welpen an das Brustgeschirr gewöhnt. Mein persönlicher Tipp dazu, übt das Brustgeschirr anziehen am besten vorab trocken. Also entweder an einem Kuscheltierhund wie diesem oder einfach an der Hand. So absurd das auch klingen mag, das ist nicht so einfach. Und wenn ihr das einmal trocken geübt habt, klappt das auch am Welpen wesentlich besser. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg bei der Umsetzung und wie immer viel Spaß beim Training mit euren Welpen. Bis zum nächsten Mal.